Guten Morgen. Guten Abend. Mann, ey. Was denn? Au. Vielleicht willst du es doch mal wieder abschminken. Ja. Wir sind beim TTF und du hast gerade dort ein ganz tolles Projekt laufen. Du überfällst die Leute im Norden beim Frühstück. Richtig. Um 7 Uhr klingeln wir dann bei unserer Familie, wo wir uns eben den Frühstückstisch mal genauer anschauen. Um 7 Uhr deswegen, weil du natürlich die komplette Familie am Tisch sitzen haben möchtest. Und so das typisch deutsche Frühstück. Wie sieht das denn in deiner Reportage aus? Es ist einfach ein Zuckerüberfluss auf diesen Tischen zu finden, der einfach Wahnsinn ist. Halt alles, was das Süßigkeitenherz begehrt, würdest du jetzt sagen. Genau. Und Mirja, wie machst du das, wenn du in die Familien gehst? Wie überzeugst du die Familien davon, dass ein Nutella Toast vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein gesundes Frühstück? Wie brokers, wie S $. S $. google in der Bis zum nächsten Mal.